Hey und was geht? Ich bin's mal wieder, euer RebornX HD. Willkommen zu einem erneuten GTA 5 Video. Heute zeige ich euch, wie ihr das Chesnas 172 Skyhawk Flugzeug bekommt. Und dazu müsst ihr einfach auf den Punkt bei der vorhin gezeigten Karte gehen und dann nur noch in das Flugzeug einsteigen. Aber davor müsst ihr natürlich noch erstmal auf das Gebiet kommen. Ihr solltet euch aber beeilen, denn dieses Flugzeug ist ziemlich langsam und braucht auch ziemlich lange zum Aufsteigen. Von da aus müsst ihr ziemlich schnell da reinkommen. Und wenn ihr dann erstmal drin seid, dann könnt ihr auch direkt schon anfangen zu fliegen, nachdem dieses Ding hochgeflogen ist. Und ja, dann müsst ihr euch nur noch gleiten lassen und so weiter. Und das war es auch schon zu dem Video. Ich zeige euch jetzt nur noch ein paar Stellen, so wie ich da durch die Gegend fahre. Ich zeige euch auch, wie ich am Landen bin. Und ja, ich hoffe euch gefällt das Video wieder mal. Bewertungen nicht vergessen. Und ciao, bis zum nächsten Video. Euer RebornX HD. Peace out. Euer RebornX HD. 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 Ein Alex HD. Ich episode اس Video. Euer RebornX HD. Ich episode c Everyc eineους gleiche gesehen. Selfktiv Books. Ichtrofi r UmweltX HD. Ich halte mich da. Ich hab mein. Ich bin profile. Vielen Dank.